Razzia ab 6 Uhr morgens. Wie hier in Köln hat die Polizei in sieben Bundesländern Hausdurchsuchungen bei mutmaßlichen islamistischen Salafisten durchgeführt. Rund 1000 Beamte durchsuchten 71 Wohnungen und Vereinsheime. Zuvor hatte Bundesinnenminister Friedrich die salafistische Internetplattform Milato Ibrahim verboten. Milato Ibrahim gilt als wichtiges Netzwerk der deutschen Salafisten. Diese Vereinigung richtet sich gegen unsere verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung. Und deswegen war dieses vereinsrechtliche Verbot gerechtfertigt und notwendig. Wegen derselben Vorwürfe wird gegen zwei weitere Vereine ermittelt. Gegen Dawa, FFM und die Gruppe Die wahre Religion. Auch deren Räume wurden am Morgen nach Beweisen für den Verstoß gegen die Verfassung durchsucht. Deutsche salafistische Gruppen hatten zuletzt durch die Verteilung von Koranen in Fußgängerzonen und durch Angriffe auf Polizisten in Soling und Bonn für Aufsehen gesorgt. Den Salafisten werden in Deutschland etwa 4000 Anhänger zugerechnet. Vielen Dank. Vielen Dank.